Moin Leute, was geht's? Mein Name ist JudoGames.com auf der Playstation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video und man kann in GTA 5 zur Bestie werden und das bin ich gerade geworden und ja ich bin so eine Art Werwolf, so, hab aber echt lange gebraucht um nur ein bisschen Kontrollpunkt zu finden und jetzt springe ich da mal rein und mal gucken was es dafür gibt. Deine Spielmarkierung ist jetzt für die anderen Spieler eine kurze Zeit lang auf der Karte, sich bei dieser Zeit verlängert sich. Ah, ich bin jetzt auf der Karte sozusagen unsichtbar. Die Spieler können mich nicht sehen, nur jetzt gerade. Oh, klingt eigentlich schon richtig cool. Nicht schlecht. Und da haben natürlich schon einige es auf mich abgesehen. Würde ich mal sagen, fahren wir mal zu denen hin. Wollen wir mal nicht so sein. So, YouTube Games kommt, fährt zu den anderen Spielern. Die werden natürlich auch ein bisschen Augen machen, wenn ich plötzlich als Bestie erscheine. Aber wir schauen mal, ob wir den Passivmodus aktivieren können. Ne, funktioniert nicht. Haha. Ach, ist das geil, GTA. Ich liebe es. Ich bin total unsichtbar für die anderen Spieler. Ist das fett. Hohohoho. Ich bin die Bestie. Habt Respekt vor mir. Nein. Ich bin die Bestie. Ihr kriegt mich nicht. Hammergeil, Liga. Ich habe sogar eine mega geile Schadens. Ich halte unglaublich viel aus. Kommt zu Papa. Es wirft ihr bestimmt eine Haftbombe da unten. Ja, ist das geil. So, jetzt wartet mal. Ich habe eine ganz geile Idee. So, wir verstecken uns dahin. Und jetzt nach vorne. Und jetzt gehen wir da hoch und dann knallen wir die ab. Pass auf. So, Schlappschüsse, wer ist bereit? Nein. 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 Verdammte Scheiße, nein. Hab doch mal ein bisschen Mitleid mit der Bestie. Fuck. Verstirb. Stirb, 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 stirb. Die Bestie ist da. Moin, 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 moin. Moin, moin, moin. Ah, verrecke. Ihr kriegt mich nicht. Ah. Nein, ich sterbe. Ja. Ah, die Bestie. Schnell rein da. Nein. Boah, fuck. Also so bin ich noch nie abgegangen hier. Mein Videos. Richtig geiler Scheiß. Boah. Verlierer. Ist mir aber eigentlich egal. Weil ich wollte echt nicht die ganzen Kontrollpunkte ablaufen. Puh. Das war jetzt ein Stress. Das war richtig cool. Einmal die Bestie sein. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. In GTA. Weil ja jetzt weiß ich auch. Zack. Zack. Guck mal da hinten. Na? Mann, dich erwischt ihn noch. Ach. Komm schon. Ja. 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 Ach, scheiße. Naja, egal. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 4. Ciao. Nein. Oh. Was war das? Oh.